Schaut, liebe Bank, das ist eine Bratwurst, also Käsekreiner, saftig und nur 4 Euro für 3 Stück. Zum Unterschied bei Ihrer Bankgebühren, wo man 27 Euro euch im Quartal in den Rachen reinschiebt, kriege ich schon viele Käsekreiner in diesen Quartalszahlen, also das ist eine Käsekreiner, saftig und für 3 Euro, 30 oder 4 Euro sogar zu haben. O heiliger Josef, gib mir das Bankgeldgebühr zurück. Amen.